da wäre ich wieder der drache ist furchtlos furchtlos sein ozean fähren egal fangen wir an den aufträgen gestern bin ich ja nicht fertig geworden mit den neuen trail durch mich jung heute geht es weiter wo muss ich auch nicht alle sein einfach machen nicht gleich alles weg sucht das kann man sich ja auch ein teil war die haben wir da gibt es noch was bei den spuren fehlt noch was da ein zwei stück noch und ja komm suchen wir noch ein paar schlüsse ich glaube ich stehe davor hier gab es die flügel auf geht's schon mal die ersten 60 verbrauchen dann können da neue punkte aufs konto fließen ich weiß es kann wählen 10 10 10 punkte pro stunde glaube ich ja ja 10 punkte pro stunde wenn ich eine stunde spiele habe ich dann 10 punkte dann dann ? sie das ist das 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 es ist es es Was that it? Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. You can fight it, or rock with it! Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed. You can fight it, or rock with it! Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. I really need to fight against the campers. What is it when it goes over? Maybe the next one. This is horrible here! I will only have three objects to destroy. Survive or be destroyed, there is no way of choice. Survive or be destroyed, there is no way of choice. Good, it was close. Turn up. No, you want to kill me? No, I killed it! And there was something? Well, absolutely nothing. There is something. Come on, bomb 2. Did i catch it? Yeah. There is something. Ja, ihr könnt mich mal, ihr kostet mich nur Zeit. Wir haben doch keine Zeit, meine Damen und Herren. Wer hat das immer gesagt? An drei. Ach guck mal, schon lange nicht mehr mitgeredet. Kann ich auch gar nicht mehr mitreden. Was muss ich noch machen? Schließe einmal Höhle der Korrosion ab. Oder ein Relikt hochstufen. Vielleicht kann ich ja ein Relikt hochstufen. Das hier? Yay. Gut. Abholen. Erst da oben abholen. Zurück. Tägliche Aufgaben erledigt. Was gibt's denn noch an... Das ist Einsatzbriefing. Das haben wir schon seit Ewigkeiten. Die namenlose Ehre. Okay, ich muss noch ein bisschen Trayblaze-Kraft ausgeben. Aber da gibt's doch auch zum Beispiel... Wochenmission. Universum, Ruhe der Schatten, Echo des Krieges. Sind die Tiere zehnmal Verbrauchsgegenstände? Ja, ich brauche ja noch neun. Ich schließe einmal Universumsimulation ab. Oh ja. Es ist Donnerstag. Echo des Krieges. Blütenkeich. Wunderschatten. Ich will das noch am Sonntag machen. Bin ich ja auf die Mission viel... ...gespannter. Im Reise-Lock gibt's was. Die Trayblaze-Mission. Wieso sind die ausstehend? Die hab ich da gestern... Hab ich die nicht gestern schon gemacht? Hä? Gibt's denn jeden Tag andere? Ah ja, das Geschenk darf ich nicht vergessen hier. Ein Star-Rail-Sonderpass. Dann gehen wir gleich mal warpen. Hm. Bin ich denn überhaupt? Hm. Ohhhh. Mann, Scheiß. Und es zählt doch nicht mal auf den Zähler. Nicht mal auf diesen Zähler hier, den man... Der zählt nämlich nur bei dem Standard. Hm. Wir müssen das so super haben jetzt auf einmal. Ach! Hallo! Kann man auch. Geht doch einmal nicht mehr mit dem Controller. Sehr witzig. Das Ding hier. 134 von 300. Dann bin ich bei Ku. Wie heißt der? Bailu. Ja. Da zählt's ja nicht mal drauf. Hm. Ja. Irgendwann krieg ich den dann, den ich nicht mehr brauch. Hier kriegst du sowieso alles, wenn ich's eigentlich nicht mehr brauchst. Was war noch im Reisemok? Hm. Begleitet... Die Mission gibt's auch noch. Die kann ich dann auch noch spielen, wenn die tut das... Die Hauptmission fertig ist. Erfülle folgende Mission... Ach du musst erst der Drache ist furchtlos zu Ende machen. Okay. Da muss ich mir über die Reihenfolge ja keine weiteren Gedanken machen. Was ist das hier? Yukong... Die Harmonie... Schließe die Träberis... Die Drache ist furchtlos... Sein... Und die vergessene Halle... Um die... Zu... Erhalten... Eine neue... Figur... Die Yukong... Noch mal vier Sterne... Das ist ja immer noch auf. Und vielleicht suchen die Leute hier noch. Hab ich alles? Hab ich... Hab ich... Hab ich... Hab ich... Schon vor Ewigkeiten... Ja dann machen wir einfach mit unserer Mission weiter. Beziehungsweise gucken wir mal ob wir die Figur schon eine Runde weiterpimpen können. Ja da brauche ich auch diese komischen... Auf jeden Fall noch. Punktebelohnung in der Universumsimulation. Namenlose Ehre. Glutausch. Belohnung für zeitlich begrenzte Aktion. Aha. Da krieg ich das Zeug also her. Bei den Punktebelohnung in der Universumsimulation. Vorher geht es hier eh nicht weiter. Die Sim 70? Ja und die wollte ich immer aufsteigen lassen. Und da brauche ich noch ganz viele von den Dingern. Die wollte ich auch 75 machen. Ich sollte doch sowieso ruhen in der Schatten noch machen, ne? Das sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe. 35 brauche ich. noch mal 25. Ich bin immer noch über 20. Ich bin immer noch 20. Ich bin immer noch 20. Stay. I don't rock with it! Stand down. Here, the thunder! And... forward! Let's rock! Conflict is pittuous! Good! Let's rock! Survive or be destroyed. There is no other choice. And... forward! Here, the thunder! Show no mercy! You can find it! Or rock with it! Let's rock! Let's rock with it! Oh, five had it only! Oh, let's do it! Let's do it! Let's do it! Keep up! You can find it! Or rock with it! Steady down. Conflict is pittuous! And... forward! I can find it! And... forward! Let's rock! Super! Ich habe es nicht mehr. Das war's. 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 Das war's.